Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei dem Pretty Old Pixel. Mein Name ist Alexander und ich freue mich, dass ihr in diese Sonderfolge zum Spiel Pirates hineingeschaltet habt. Es handelt sich deshalb um eine Sonderfolge, weil wir anders als bei den bisherigen Folgen keine Replay-Folgen machen, das heißt nicht das Gameplay zeigen. Ihr erinnert euch, diesmal waren wir zu dritt, Selma, Jan, Beta und ich und wir haben uns die verschiedenen Versionen des Spiels angeschaut. Ich die Amiga-Version, der Jan-Peter die 64er-Version und der liebe Selma hat sich die PC-Version zu Gemüte geführt. Darum geht es in dieser Folge nicht, sondern ich möchte euch in dieser Folge die Musik von Pirates näher vorstellen, denn diese Musik ist ganz besonders. Es handelt sich hierbei um klassische Musik und ich glaube, es macht wirklich Sinn, dort mal ein Auge drauf zu werfen. Und es gibt eine wunderbare Funktion bei der Amiga-Version. Wir können nämlich direkt zu den Musikstücken springen und dort sehen wir, dass nicht nur Stücke von Johann Sebastian Bach verwendet wurden, wie ich bisher dachte, sondern auch drei Stücke von Handel, die wir uns jetzt alle einmal etwas näher anschauen wollen. Bevor wir jedoch anfangen, möchte ich zunächst einmal ein paar Hintergrundinformationen über Johann Sebastian Bach vorstellen. Er ist am 31. März 1685 in Eisnach geboren. Er ist 75 Jahre alt geworden, das heißt, er ist am 28. 1750 in Leipzig gestorben. Leipzig war der Ort, wo er den größten Teil seiner Tätigkeit und seiner Zeit verbracht hat. Er war nicht nur ein sehr berühmter Komponist, auch nicht nur ein Kantor, sondern auch ein Organist. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, einmal ein Konzert mitzuerleben, was auf einer Orgel gespielt wurde, die schon von Bach damals gespielt worden ist. Das war wirklich ein sehr tolles Erlebnis und deshalb finde ich auch die Musik von Bach sehr beeindruckend und ich glaube, er gehört zu den größten Komponisten, die jemals gelebt haben. Beginnen wollen wir mit einem Präludium von Johann Sebastian Bach. Es handelt sich hierbei um das Präludium zu den vier Präludien, das ist die Pluralform. Bei einem Präludium handelt es sich um ein Instrumentalwerk, welches einführenden oder hinführenden Charakter hat und davon hat er so einige geschrieben. Das nächste, was wir uns anhören, ist aber etwas anderes. Es handelt sich hierbei um die Sinfonie Nummer 3. Bei den Sinfonien handelt es sich genauso wie bei den Inventionen nicht nur um gelegentlich gespielte Stücke, sondern es handelt sich hierbei um Übungswerke für Spieler mit modellhaften Anweisungen zum Komponieren. Das heißt, es sind eher Stücke, die für die Ausbildung gedacht sind. Und zwar gibt es insgesamt 15 verschiedene Sinfonien, wie es genauso 15 verschiedene Interventionen gibt. Die Interventionen hat er meines Wissens in Köthen geschrieben. Die Sinfonien hat er zu Ende geschrieben, als er bereits in Leipzig angefangen hat, tätig zu werden. Das nächste Stück hören wir uns jetzt direkt mal an. Dabei handelt es sich um die Invention Nummer 10. Und wie gesagt, es gibt auch hier 15 Inventionen, die er geschaffen hat. Und wenn wir uns jetzt mal hier auf den Bildschirm mal das näher anschauen, da steht nicht nur der Titel, sondern auch für welche Musiker das gedacht ist. Ja, und beim Kompon gibt es da noch eine witzige Anmerkung oder Bemerkung von Microprose. Und zwar schreiben sie hier, dass der Kompon-Spieler sehr viel von der Titelmusik von Red Storm Rising gehört hat und dass man jetzt hier raushören kann. Naja, das ist ein bisschen weit hergeholt. Gut. Hören wir uns mal das nächste Stück an. Ist das nicht schön? Es handelt sich hierbei um die Variation 2 der Goldberg-Variationen. Und auch hier handelt es sich um Übungsstücke für angehende Musiker. Musiker. Und das ist jetzt die Variation 4, ebenfalls von den Goldberg-Variationen. Wir springen etwas. Wir überspringen sozusagen Handel, weil den möchte ich gerne gleich en bloc machen. Musiker. Jetzt kommen wir wieder zu einem Präludium vom Bach. Musiker. Und hierbei handelt es sich um das Präludium Nummer 5 von den zwölf kleinen Präludien. Und das letzte Stück ist auch wieder ein Präludium. Musiker. 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 Und zwar handelt es sich hierbei um das Präludium Nummer 2, ebenfalls aus den zwölf kleinen Präludien. Das sind die Stücke, die von Bach von Microprose verwendet worden sind für das Spiel Pirates. Und wir hören uns jetzt mal die Stücke an, die von Handel sind. Aber auch hier erstmal ein paar Hintergrundinformationen zu Handel. Georg Friedrich Handel ist am 5. März 1685 in Halle geboren und am 14. April 1759 in London gestorben. Und neben Bach war er der zweite große berühmte Komponist des Barocks. Er gilt auch wie Bach als einer der bedeutendsten Musiker der Geschichte. Er hat insgesamt 42 Opern und mehr als 25 Oratorien hinterlassen. Und Microprose hatte sich entschieden, auch drei Stücke von Handel mit in das Spiel aufzunehmen. Und das erste, was wir uns anhören, ist ein Minuet. Minuet. . . . Untertitelung des ZDF, 2020 Das war das Minuet aus der Wassermusik von Händel. Bei einem Minuet handelt es sich um einen alten höfischen Gesellschaftstanz französischen Ursprungs und zählt zu den wichtigsten Tänzen in der Barockzeit. Bei der Wassermusik handelt es sich um eine Sammlung von insgesamt 22 Werken, die eine Lustfahrt des englischen König George I. am 17. Juli 1717 auf der Tempsee untermalte. Und wie ihr bisher auch gehört habt, ist es das längste Stück bisher im Spiel. Hören wir uns mal das nächste Stück mal an. Ja und dieses Stück sollte euch bekannt vorkommen, denn es handelt sich hierbei um die Zittelmelodie des Spiels. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Buree, einen barocken Hoftanz, den auch hier Microprose für das Spiel verwandt hat. Und auch beim letzten Stück, was ich euch vorspielen möchte, handelt es sich ebenfalls um ein Hoftanz. Und auch dieser Hoftanz ist aus dieser Sammlung von Händel die Wassermusik, die ich gerade schon erwähnt habe. So, das soll es schon gewesen sein. Also wirklich nur ein ganz kurzer Einblick in die unterschiedlichen Musikstücke, die im Spiel verband werden. Ich freue mich, dass ihr in diese Sonderfolge zu Pirates bezüglich seiner Musik hineingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass ihr euch auch die nächste Sonderfolge anschauen werdet. Das ist die Folge, in der ich über die verschiedenen Abenteuer, Missionen, die es gibt, berichten werde, um dann schließlich zu dem großen Höhepunkt überzuschwenken, was am Ende eines jenen Replays kommt. Und zwar das Abschlussgespräch. Und dieses Abschlussgespräch habe ich nicht alleine geführt. Das habe ich zusammen mit Jan Bezer und Selma geführt. Und es lohnt sich sehr, dort hineinzuhören. Also, ich freue mich, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Bis dann. Tschüss.